Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Zeit für ein Gassi to go. Es ist relativ früh morgens, nicht so kalt wie gestern und es regnet nicht. Also ein perfekter Tag. So, was habe ich zu erzählen? Ich habe heute morgen was spannendes gelesen und ich muss sagen, das gefällt mir unfassbar gut. Eigentlich schade, dass nicht vorher schon jemand auf die Idee gekommen ist. Also passt auf, ich gehöre zu diesen Menschen, die sich regelmäßig im Internet bewegen und ich muss zugeben, ich lese auch sehr gerne gute Kommentare. Und damit meine ich jetzt nicht zwingend die unter meinen Videos, die lese ich natürlich auch gerne, sondern auch unter guten Artikeln. Und nicht selten kommt es vor, dass unter so Artikeln unfassbar dumme Kommentare stehen, wo also so absolut offensichtlich ist, dass jemand den Text darüber nicht gelesen hat. Und das passiert wohl häufiger und in der Regel kommt da auch so dieses Thema Hate Speech auf. Und jetzt gibt es eine Bewegung aus Nordeuropa, die haben gesagt, wir packen die Sache jetzt mal an. Und ich finde es super. Wie funktioniert es? Also auf verschiedenen Plattformen, leider noch nicht auf allen Plattformen, aber vielleicht in Zukunft auf ganz vielen Plattformen, muss man in Zukunft den Artikel gelesen haben. Denn bevor man kommentieren möchte, ploppen drei Fragen zum Text auf. Und nur wenn man diese drei Fragen zum Text richtig beantwortet, darf man überhaupt einen Kommentar schreiben. Hintergrund ist, dass man bei der Qualität der Kommentare einfach so ein bisschen Luft nach oben sieht und dass man einfach der Meinung ist, es ist schon sinnvoll, wenn wir alle über das Gleiche reden. Und wir kennen das ja und manchmal hat man ja auch den Eindruck, dass das gewollt ist, dass es so Überschriften gibt, die so, na ihr wisst schon, so ein bisschen reißerisch sind und die dann implizieren, dass im Text etwas anderes steht. Und es sind mehrere Zeitungen aus dem Bereich Finnland, Schweden, also im Norden, die das jetzt erfolgreich getestet haben und auch beibehalten. Und ich würde mir wünschen, dass wir diesen Ansatz, dieses Kommentiere erst wenn du weißt, was im Text steht, dass wir das auch übernehmen. Das wäre zum Beispiel doch mal ein Brüller für Facebook, oder? Mein Gott, was könnte das mitunter kurze Diskussionen werden, wenn da Leute an den drei Fragen scheitern. Also ich will von euch wissen, was denkt ihr, wie viel Prozent der möglichen Kommentatoren würden wohl mutmaßlich an den drei Fragen scheitern, weil sie es eben nicht gelesen haben? Und glaubt ihr, dass das der Qualität unter den Beiträgen zuträglich wäre, wenn man diese drei Fragen erst beantworten muss? Oder sagt ihr, ach Gott, das ist ja totaler Quatsch, das brauchen wir überhaupt nicht. Also, Lesekontrolle unter Artikeln. Ich finde es gut und jetzt seid ihr dran, okay? Das war's. So, das Video ist zu Ende und wenn es gut gelaufen ist, dann hast du was gelernt. Und wenn du was gelernt hast, dann freut mich das und dich hoffentlich auch. Und wenn das so ist, dann lass mir doch ein Gefällt mir da. Da freue ich mich drüber, dann weiß ich, dass das Video gut ankommt. Und wenn es dir richtig gut gefällt, dann darfst du meinen Kanal natürlich auch gerne abonnieren. Auch das freut mich natürlich sehr. Und dann kannst du Teil von Team Schmidt, unserer Community, hier werden. Und das ist hier wirklich richtig toll auf dem Kanal. Hier haben wir nämlich ganz wenig Knallköppe und dafür ganz viele tolle, nette Kommentatoren, wo das Diskutieren auch richtig Spaß macht. Aber das sieht man ja auch unter den Kommentaren, beziehungsweise in den Kommentaren unter den Videos. Das wollte ich mal. So, und wenn du mehr Hilfe brauchst, dann findest du alles schön ordentlich sortiert auf meiner Homepage www.lehrer-schmidt.de. Okay, so, das soll es von mir gewesen sein. Okay, das war's.